Hallo, mein Name ist Beato Niolo. Ich bin der Ideengeber, der Realisator und der Produzent dieses ersten Immersive Art Rheinfall Pionierprojekts hier in dieser historischen Halle vom SEG Areal. Wir stehen jetzt drei Wochen quasi vor dem Start der Weltpremiere und es sind noch einige Kabel hier, wie Sie sehen, noch zu verbinden. Das ist ja schön, das Alte trifft das Neue und wir sind in Tag- und Nachtarbeit dran und hoffen, dass dann am 31.07. alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben und ich glaube, das soll auch so sein. In dem Sinne alles Gute und bis dann am Rheinfall. Es lohnt sich. Tschüss.